hallo meine liebe freunde meine abonnenten und gäste von meinem kanal strickmama ich habe heute früh gemacht ein video wegen topf und bekommen viele kommentare ja das sehen sie nicht richtig drum mache ich neue video und es zeige alles so wie kann zeigen schon bei in andere video ich habe gezeigt wie wir machen abnahme und hier ich muss dann einfach erzählen bei top ist schon fertig ja top ist ganz fertig so ich habe gestrickt mit solcher strickern sie 100 gramm 225 meter ich habe nur für 1 euro 50 gekauft bei td das ist ja ist polyakryl und was wollte ich noch sagen so und ich habe gestrickt meine top mit stricknadel nummer drei ganze top und auch ich habe da ein bisschen gearbeitet mit häkeln auch bei kommentar war frage wo ist diese muster muster ist auch in meiner kanal und heißt kette so wie stricken zwei teile schauen sie wie stricken zwei teile wie stricken vor der teil so vor der teil und rückenteil separat und dann einfach nähen zusammen so wie wir stricken vor der teil vorteil ich zeige jetzt dass sie sehen gut so vor der teil anfang ist zwei und 80 marschen fangen wir an mit 82 marschen wir haben keine rippen muster und ich habe nur zwei reihe mit kreis muster gestrickt einfach zwei reihe ich habe gestrickt mit so rechte maschen rechte masche auf eine seite auf linke seite und rechte maschen auf rechte seite so und wie bekommen solche solche muster dass unsere rand wie einfach rollt nicht ist ganz gerade dann und dann ich habe angefangen einfach mit muster kette so was macht man schauen sie wie stricken wie sie sehen von top dass wir haben bisschen in palle wir haben verliert bisschen so betont ja bisschen hier wir haben schöne linie schauen sie hier wir haben schöne linie wie ich habe das gemacht ich habe gestrickt ist unsere taille und dann ich habe abnahme gemacht abnahme vier mal ich habe gemacht vier mal vier mal eine masche ich habe abnahme gemacht von einer seite so eine masche von anderer seite und so ich habe vier marschen minus gemacht ja von einer seite und von anderer seite dass sie sehen gut so und dann habe ich 74 marschen gehabt dann habe ich 40 cm hoch gestrickt hier ist 40 cm hoch habe ich gestrickt von unten bis arm ausschnitt ich habe 40 cm hoch gestrickt so 40 40 cm hoch bis hier diese ist 40 cm was haben wir mal weiter dann weiter wie machen abnahme für unsere armloch oder arm ausschnitt zum erst wie machen abnahme 6 marschen von einer seite und 6 marschen von anderen seite wir machen zu dann wir machen auch in diese in dieser zeit wann wir machen abnahme hier wann wir machen abnahme bei unsere armloch oder arm ausschnitt wie machen auch schon wir machen auch zu schauen sie hier wir machen auch auf mitte 22 marschen zu wie wir machen das einfach sie müssen finden sie müssen rechnen wie viel haben sie maschen das in meinem fall das war 74 marschen hatte ich dann habe ich dann habe ich habe von dieser seite wo sie 37 marschen 11 marschen zu gemacht und von anderer seite auch 11 marschen zu gemacht einfach ich stricke von hier stricke mache 11 marschen zu dann mache 11 marschen wieder zu und zusammen 22 25 marschen habe ich zugemacht ja von mitte so und stricke weiter mache hier dann 6 marschen auch zu für unsere armloch und stricke dann auf linke seite und so wie stricken dann wir machen auch wieder abnahme wie ich habe gesagt für armloch wieder wieder wir machen wir machen eine masche zu und auch bei halsauschnitt eine masche zu weil wann wir haben geteilt unsere vorderteil dann wir stricken eine teil eine schulter und danach wir stricken andere schulter und diese eine schulter wie auch müssen in dieser seite wir müssen auch eine masche zu machen dann wir stricken machen wir wieder zusammen zwei maschen dann eine masche wird weg wieder zu ja für unsere armloch und für hals ausschnitt wir machen noch einmal auch eine masche zu so in für hals ausschnitt wir haben schauen sie 22 maschen zu gemacht und dann dreimal eine masche wir haben zu gemacht so und für armloch wir haben einmal sechs maschen zu gemacht einmal sofort alle sechs maschen zu gemacht und dann zweimal eine masche zweimal so und dann wir stricken noch bis hin oben bis hin oben wir stricken diese teil diese schulter teilt sowie stricken noch oben sie stricken so viel wie viel sie brauchen ich habe diese teil komplett von oben bis ausschnitt ich habe 17 cm sie müssen rechnen selber wie viel sie brauchen maximum 20 cm ihre armloch muss sein sie 20 cm meine ist 17 ich wollte nicht so weit machen so dann wir machen gleich mit andere schulter auch solche abnahme sechs maschen dann eine masche noch mal eine masche und von von hals ausschnitt wir machen dreimal eine masche so ende wir haben am ende 15 maschen von einer seite auf schulter und von anderer seite auch 15 maschen haben machen zu einfach mach mal zu so abgeben ende unsere vorderteil ist fertig so ganze teil ich kann auch sagen wie viel ist ganze teil ganze teil ist ganze teil ist 60 cm 60 cm 60 cm lang meine top ist dann stricken wir ruckenteil ruckenteil unsere ruckenteil ist einfacher wir stricken ruckenteil gleiche wie vorderteil aber auch 82 maschen wieder zwei zwei reihe wir stricken rechte maschen hin und her wir stricken und bekommen solche schöne rand schauen und dann wir machen rippen muster 1 zu 1 einfach 1 zu 1 und stricken oben bis unsere armloch bis armloch wir stricken auch 40 cm gleiche wie wir haben gemacht mit vorderteil 40 cm und dann wir machen abnahme gleiche abnahme wie wir haben auch gemacht bei unsere vorderteil wieder gleiche wieder sechs maschen machen von einer seite zu von anderer seite zu sechs maschen dann noch mal zwei mal eine masche von einer seite und von anderer seite und stricken weiter unsere vorderteil schauen sie wir stricken weiter einfach wir stricken bisschen weiter als wir haben als ausschnitt natürlich wir stricken weiter wie viel zentimeter ist sage jetzt sowie stricken noch 15 cm hoch wann wir haben alle abnahme gemacht wir stricken noch 15 zentimeter hoch und dann wie machen gleiche heißt ausschnitt wir machen zu 22 maschen und dann von einer schulter wir machen langsam eine masche minus eine masche minus nächste mal wieder eine masche machen zu und dann letztes mal machen wir wieder eine masche zu fertig unsere schulter ist fertig einfach machen abketten letzte 15 maschen 15 maschen 15 maschen auf vorderteil 15 maschen auch auf unsere rückenteil so und dann machen wir auch gleiche mit andere schulter und andere schulter auch machen wir eine masche machen wir zu dann nächste reihe zweite masche machen wir zu nächste reihe machen wir noch eine masche zu so minus drei maschen und machen wir dann komplett alle maschen zu 15 maschen so fertig unsere rückenteil ist fertig dann einfach nähen zusammen schulter wann sie wollen sie können natürlich sie können machen so wie ich habe gemacht solche naht einfach masche in masche so mit methode so ich habe gezeigt viele mal ich habe gezeigt wie das machen wir wie machen mit zwei mit zwei strick nadel und dritte ist strick nadel oder einfach mit häkeln und sie machen zwei maschen zusammen und dann stricken weiter 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 oder einfach nähen sie egal wie sie wollen und letzte ist einfach ich habe mit häkeln noch eine reihe noch eine reihe gestrickt dass meine so meine hals ausschnitt schaut mehr akkurat und auch gleiche habe ich gemacht mit armloch ich habe auch eine reihe mit häkeln gestrickt so fertig unsere top ist fertig sie können mit jeder andere muster auch machen diese top das muss nicht sein so wie ich habe gestrickt aber wann gefällt euch natürlich können sie stricken so wie ich habe gestrickt einfach so gleiche gleiche muster diese muster heißt kette und sie finden in meinem kanal diese muster kette so schauen sie bitte bitte ich entschuldige mich nochmal dass ich habe solche video gemacht wo man sieht nicht sehr gut alles was ich habe gezeigt aber wie ich habe gesagt ich habe keine besondere kamera ich mache alles mit telefon so mit handy und nochmal schauen sie alles was ich habe hier geschrieben dass sie sehen gut ich hoffe jetzt sie haben alles gesehen leider ich könnte nicht mit sie zusammen stricken oder mit euch zusammen stricken und nochmal entschuldige und ich hoffe alles sie haben verstanden ich wünsche euch schönen abend bleiben sie gesund bitte bleiben sie zu hause alles gute tschüss ihre strickmama